Herzlich willkommen, liebe Tester-Community, zu einer neuen Folge der Agile Testbar. Ich bin heute hier der Markus. Wir wollen über Testprozess verbessern in der Praxis reden und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich Matthias Rasking. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du gekommen bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, würde ich dich bitten, kurz zusammenzufassen, was die Zuhörer heute erwartet. Gerne. Zu Testprozessverbesserung in der Praxis möchte ich auf Folgendes eingehen. Zum einen ist es mir wichtig, dass ich meine Erfahrung ein bisschen wiedergeben kann, wie man wirklich in laufenden Projekten oder auch im Anwendungsbetrieb Testprozesse verbessert und warum man das eigentlich tun sollte. und zum Zweiten wollte ich ein bisschen wiedergeben, was es eigentlich für Ressourcen da draußen gibt, mit welchen Modellen man da arbeiten kann und wie man diese an seine tägliche Arbeit auch anpassen kann. Ja, vielen Dank. Bevor wir jetzt tiefer ins Thema reingehen, wäre es schön, wenn du noch ein paar Sätze zu dir sagen könntest, wer du bist und was du für Schwerpunkte hast. Ja, natürlich. Also Matthias Raskin, ich komme hier aus Frankfurt, bin jetzt seit knapp 24 Jahren in der IT und dort auch immer im Testing unterwegs. Ich habe eigentlich mal Chemieingenieurwesen studiert, bin dann aber Ende der 90er quasi in die IT reingefallen, weil ich international arbeiten wollte und weil das einfach sehr heiß war, der Markt gerade. Und ja, wie der Zufall es wollte, war meine erste Rolle dann ein manueller Tester. Das heißt, komplett unbedarft bin ich hingegangen, habe mich durch irgendwelche GUIs geklickt und habe Spaß daran gefunden, dass ich sowohl technisch ein bisschen was mitnehmen konnte, aber auch fachlich teilweise Sachen verstehen konnte und so ein bisschen die Brücke bilden konnte. Und dann bin ich da tiefer und tiefer reingegangen, habe Performance-Tests gemacht, habe Security-Tests gemacht und habe mich da eigentlich immer sehr wohl gefühlt, dass ich industrieübergreifend arbeiten konnte und meine Expertise als jemand, der sich auf Testing spezialisiert hat, eigentlich wertgeschätzt wurde. Und so nach zehn Jahren ungefähr, damals war ich dann bei Accenture mittlerweile, habe ich von einer Testprozess- und Verbesserungsmethodik gehört namens Testing Maturity Model. Das wurde damals gerade neu entwickelt von ein paar Leuten und das hat mich interessiert, weil ich sehr prozessaffin war und ich für mich eben auch keinen wirklichen Background darin hatte. Das heißt, ich wollte mal verstehen, wie kann man das eigentlich besser machen und vor allen Dingen, wie kann ich das, was ich immer wieder in Projekten sehe, wie kann ich das auch mal langfristig verbessern. Und von daher sind so jetzt seit zehn, 15 Jahren meine Schwerpunkte wirklich in der Testprozessverbesserung, in Assessments durchführen, Analysen durchführen für Kunden, aber eben auch dann die Umsetzung dieser Strategien und die Umsetzung dieser Schwerpunkte. Vor allen Dingen, wie nehmen wir die verschiedenen Beteiligten mit in den Projekten, in den Linienorganisationen, damit sie das auch wirklich umsetzen, weil es reicht ja nicht, mal in eine Policy reinzuschreiben, wir müssen das jetzt besser machen, sondern wir wollen ja idealerweise die Qualität des Produktes am Ende auch verbessern. Und das ist so mein Schwerpunkt. Mittlerweile bin ich Geschäftsführer bei der Sixcentix hier in Deutschland. Wir sind ein kleineres spezialisiertes Testing-Unternehmen, die sich eben auf Consulting spezialisiert hat in dem Bereich. Und nebenbei, darauf kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu sprechen, bin ich jetzt seit über zehn Jahren auch in der Team My Foundation aktiv. Das ist eine Not-for-Profit-Organisation mit dem Ziel, eben Testprozessverbesserungen in der Praxis weltweit einzuführen. Und da bin ich eben als Freiwilliger schon lange unterwegs und unterstütze die Organisation. Wie lange beschäftigst du dich denn schon mit dem Thema Testprozessverbesserung? Also angefangen hat eigentlich alles, als ich bei Accenture nach der Geburt meines ersten Kindes, meiner ersten Tochter, eine interne Rolle erstmal suchen wollte, weil Consulting halt immer viel mit Reisen zu tun hat. Und da gab es gerade die Chance, ein sogenannter Quality Improvement Liaison zu werden. Das heißt, da hat Accenture intern versucht, bei seinen eigenen Projekten die Qualität zu verbessern, und zwar rundherum ein kompletter Entwicklungsprozess von Projektplanung über Requirements für eigentliche Entwicklung und eben auch Testing. Und da ich aus dem Testing kam, lag mir das relativ nah. Und wie der Zufall es wollte, war das dann die Vorbereitung für ein CMMI Level 3 Assessment, das Accenture damals global machen wollte. Und so habe ich mich das erste Mal mit Prozessverbesserungen im Allgemeinen beschäftigt. Und natürlich war mein Schwerpunkt dann immer Thema Test und Release Management, weil ich mich da einfach am besten auskannte. Das heißt eigentlich, das war 2006, ist das jetzt schon 16, 17 Jahre lang her. Und das ist ja auch der Grund, wie du auf das Thema gekommen bist, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ich hatte eine kleine CMMI-Schulung dann gemacht und wollte mich dann einfach da noch vertiefen, weil ich gemerkt habe, da gibt es sehr viel, was man in dem Bereich machen kann. Allerdings hat CMMI jetzt nicht sehr viel zu Testing zu sagen. Da gab es zwar Validation, Verification, das war aber alles ein bisschen sehr Standard und mir haben halt viele Themen gefehlt, deswegen habe ich mich damals dann umgeschaut und habe dann einfach durch ein bisschen Recherche eben gefunden, dass es eine Gruppe gibt, die dann eigenes Testing-Materialty-Model machen will. Okay, und wenn man jetzt dem Thema Testprozessverbesserung begegnet, dann kann das ja in vielfältigen Formen sein. Warum macht es denn aus deiner Sicht Sinn, das Thema zielgerichtet anzugehen? Naja, zum einen war das eben so, dass das Testing vor einigen Jahrzehnten doch immer sehr gerne noch vergessen wurde. Das war so die Phase am Ende des Projektes, ja, dann hat man mal geschaut, wer sitzt denn noch so rum, wer kann noch ein bisschen testen. Ja, das ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber es wurde doch in der Planung nicht immer wirklich wertgeschätzt. Da wurde mal einen Monat eingesetzt, da macht man dann den Abnahmetest und die Probleme waren eigentlich immer wieder die gleichen. Und deswegen ist es zielgerichtet wichtig, dass wir mal wirklich drauf schauen, welchen Input brauchen wir, aber vor allen Dingen, was brauchen wir damit, die Qualität des Produktes überhaupt gut sein kann? Ja, wir wissen alle, dass man Qualität nicht in Software rein testen kann, sondern die sollte viel früher schon entstehen. Und deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass in diesen ganzen Modellen Testing ein Teil von vielen war, auch in der Projektmethodik. Und deswegen fand ich es dann sehr interessant, dass es da Leute gibt, die sagen, okay, wir wollen jetzt nicht Testing per se verbessern, sondern wir müssen die Qualität verbessern. Und Testing ist halt ein Teil davon. Ja, sollte man dann diese Testprozessverbesserung eher in kleinen Schritten angehen oder in einem größeren Rahmen? Ja, das kommt sehr stark auf die Organisation an. Wenn man das für ein einzelnes Projekt sich anschaut, dann bietet es sich eigentlich an, da eher kleinere Schritte und iterativ vorzugehen, dass man sagt, okay, wo klemmt es denn jetzt am meisten? Warum sind wir so weit hinterher, wenn wir jetzt über den Systemintegrationstest sprechen oder in der Cutover-Vorbereitung? Dann kann ich mir wirklich dediziert Sachen raussuchen. Ich will meine Testautomatisierung verbessern, meinen Performance-Test oder was auch immer und kann da auch singulär mit Maßnahmen arbeiten. Wenn ich aber in meiner gesamten Organisation oder, sage ich mal, über verschiedene Release-Trains in einer Safe-Umgebung oder wirklich in einer größeren, komplexen Organisation Qualität meiner Produkte verbessern will, dann sollte man das auch im größeren Rahmen machen. Und dann sollte man sich wirklich überlegen, über welche Stufen komme ich denn zu diesem Ziel? Weil das, was dann immer gerne vergessen wird, ist, ich kann in einem Projekt zum Beispiel die Automatisierung verbessern, aber dass es von diesem Projekt dann in andere Projekte rüberwandert, das Wissen, das ist dann doch relativ schwierig. Und deswegen bin ich ein sehr großer Fan davon, einen großen Rahmen zu spannen und dann zu schauen, wie kann ich iterativ die einzelnen Leute mitnehmen, wie kann ich iterativ auch Verbesserungen vornehmen, damit ich es den Leuten auch erkläre, damit sie wissen, okay, hier kommt jetzt nicht irgendeine Methodik aus dem Elfenbeinturm daher und der sagt, oh, du musst aber dieses Template ausfüllen. Ja, ich bin kein Auditor, sondern ich will ihnen am Ende des Tages wirklich erklären, das macht dein Leben dann wirklich besser. Plötzlich kriegst du den Input, den du immer wolltest, plötzlich wirst du früher eingebunden in die Gespräche, weil du eben nicht nur als Stolperstein auf dem Weg zum Go-Live gesehen wirst, sondern dass du jemanden gesehen wirst, der wirklich auch helfen kann, frühzeitig die Weichen zu stellen. Und deswegen kleine Schritte ja, aber die Leute müssen den großen Raum auch kennen. Dann hältst du wohl von Testprozessverbesserungen so nebenbei nicht so viel? Nicht wirklich, wenn es ein eingespieltes Team ist, ja. Also es soll heißen, wenn man sich schon einmal quer über die Organisation Gedanken gemacht hat, wo will ich eigentlich hin, mit welchen Maßnahmen will ich die Qualität erhöhen und ich da vielleicht auch ein paar Assessants als Meilenstein mir vorgenommen habe, dann geht das auch nebenbei. Ja, dann kann das wie in jedem agilen Projekt, dann kann ich in meinen Backlog da einzelne Improvement Steps reinnehmen. Wir wissen nur, und wir sprechen über Testprozesse in der Praxis, das klingt gut, aber gerade diese Improvement Steps, Refactoring-Sachen, die fallen halt gerne auch aus dem Backlog raus, wenn dann doch die Zeit wegrennt. Ja, das heißt nebenbei, ja, wenn die Disziplin da ist und wenn die Leute auch Erfahrung damit haben, dass sie es dann eben nicht über Bord werfen, nur weil jetzt wieder irgendein Meilenstein brennt oder weil ein Feature gerade nicht fertig wird. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, ob Testprozessverbesserung nicht eher im Rahmen der Verbesserung des gesamten Softwareentwicklungsprozesses angegangen werden sollte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn man sich die verschiedenen Modelle anschaut, dann sind wir daher nicht im luftleeren Raum unterwegs. Es ist schön zu sagen, wir wollen jetzt unser Testdesign verbessern, wir wollen die Testabdeckung verbessern, wir wollen die Automatisierungsquote verbessern. Und das geht nicht ohne Input. Mit anständig definierten Anforderungen oder mit gut diskutierten und abgestimmten Anforderungen ist das viel einfacher. Wenn ich weiß, wo ich meine Testdaten herbekomme, ist das auch gut. Wenn die Infrastruktur meine Umgebung und so bereitstellt, dass ich sie verwenden kann, geht das auch. Das heißt, ich muss mir den kompletten Softwareentwicklungsprozess anschauen. Ansonsten verpufft das Ganze, was ich da mache. Das heißt, für mich ist ein gutes Modell, mit dem ich Testprozesse verbessere, immer eines, das über den Tellerrand hinaus schaut und auch den Kontext annimmt. Wenn ich gerade in einer agilen Transformation bin oder vor kurzem SAFE eingeführt habe oder Discipline Agile Delivery oder welches Modell auch immer, dann bringt es mir nichts, wenn ich sage, okay, aber wir wollen jetzt das so und so am besten noch in diesem Tool umsetzen. Nein, dann muss ich auf den kompletten Kontext schauen. Wie wichtig sind denn Referenzmodelle für die praktische Umsetzung von Testprozessverbesserung? Aus meiner Sicht helfen sie ungemein, dass die Leute verstehen, wo die Reise denn hingehen kann. Viele Tester und Testerinnen haben ja zum Beispiel eine ISD-Gebiets-Sertifizierung irgendwann mal gemacht und in welcher Form auch immer und verstehen dann für sich ein bisschen, so sollte die Welt aussehen. Dann kommen sie zurück ins Projekt und merken, naja, unsere Wirklichkeit sieht anders aus. Ich spreche sehr gerne über Testabdeckung. Wir wollen Edge-Cases definieren, aber naja, wir sind dann zu Hause doch eher mit den Experten-Testfällen konfrontiert, die eher High-Level beschrieben sind, die aus historischen Testfällen bestehen. Und Referenzmodelle helfen da, weil sie zum einen eben eine gewisse Struktur vorgeben. Wir haben ja davor darüber gesprochen, machen wir das in kleinen Schritten oder im größeren Rahmen. Das heißt, diese Referenzmodelle können den größeren Rahmen darstellen, zum Beispiel von wir finden Fehler hin zu wir verhindern Fehler. Von wir gehen mit Risiken irgendwie um hin zu wir vermeiden Risiken. Und diese große Sicht, die ist in Referenzmodellen meistens sehr gut beschrieben. Und zum Zweiten steckt da natürlich auch sehr viel Expertinnenwissen letztendlich drin in diesen Referenzmodellen. Da sitzen ja Leute zusammen, die das alle schon öfter gemacht haben. Und klar, wie bei jedem Standard, wie bei jedem Modell, ist das dann meistens irgendein Kompromiss. Aber trotzdem, da steckt sehr viel Energie drin und da steckt auch sehr viel Know-how drin. Und manchmal eben auch Sachen, auf die ich selbst nicht gekommen werde. Das Wichtigste für mich ist, dass man da auf den Kontext achtet, dass man da überlegt, wo bin ich denn eigentlich? Kann ich das Ganze umsetzen, so wie das Referenzmodell will? Und vor allen Dingen, was ist das Ziel des Ganzen? Was will ich denn für mich eigentlich erreichen? Und welche Eigenschaften sollten solche Referenzmodelle dann aufweisen, damit sie in der Praxis optimal einsetzbar sind? Also optimal wäre aus meiner Sicht, dass wir ein Referenzmodell haben, das mir sagt, was ich letztendlich tun soll, um bestimmte Bereiche zu verbessern. Das mir aber nicht sagt, wie ich das tun soll. Das heißt, mir nicht sklavisch vorschreibt, nutze dieses Template und alles wird gut. Oder schreibe folgende Sätze in eine Richtlinie und dann wird automatisch alles besser. Zweitens, es sollte mir auch Beispiele geben. Wie gehe ich denn in einem agilen Projekt mit diesem Thema um? Wie gehe ich damit um, wenn ich zum Beispiel einen Entwicklungspartner habe, der auf einem anderen Kontinent sitzt, der outgesourced ist, wo es Verträge gibt? Wie gehe ich mit Testdaten um, wenn ich hier personenbezogene oder schützenswerte Daten habe? Also ich will schon Beispiele in so einem Referenzmodell sehen und nicht nur blarifari, okay, du brauchst ein Testkonzept und aus dem Testkonzept machst du dann deinen Testplan und dann machst du mal weiter. Sondern ich will da schon auch handfeste Beispiele drin haben, damit ich damit als Practitioner wirklich auch umgehen kann. Und welche Erfahrungen hast du selber in der Praxis mit der Anwendung von Referenzmodellen gemacht? Also ich würde mal sagen, die wichtigste Erfahrung ist, ist, dass man ein Referenzmodell den Leuten erklären muss. Dass es eben nicht bedeutet, hier ist ein Standard und an den müsst ihr euch jetzt halten, sondern dieses Referenzmodell hat folgende Ideen dahinter. Wenn ihr dieses Referenzmodell verwendet und dann stufenweise euch verbessert, dann könnte das Endergebnis so und so aussehen. Und wir verwenden immer relativ viel Zeit darauf, dass wir am Anfang den Leuten erklären, was wir hier eigentlich vorhaben und woher das Referenzmodell eigentlich kommt. Weil es gibt ja Referenzmodelle am Markt, die sind proprietär. Da verkauft jemand Bücher zu den Referenzmodellen und auch zu der Testprozessverbesserung dazu. Es gibt welche, die sind dann eher Open Source und jeder kann etwas damit anfangen. Es gibt welche, die gehören einzelnen Firmen, die sie aber dann wiederum nicht verkaufen. Und man muss den Leuten schon erklären, was jetzt das Ziel ist und wie sie es selbst dann einsetzen können. Weil ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass man quasi gerade als externer Berater reingeht und sagt, okay, wir machen das jetzt mal und hier ist euer Ergebnis. Das klingt dann sehr stark nach Audit. Da sind die Leute nicht so offen, wenn man sie ein bisschen mitnehmen kann und sie auch ein bisschen mit dem Referenzmodell spielen lässt, dann erkennen sie sich das sehr schnell wieder und finden heraus, naja, das, was ich den ganzen Tag mache und vor allen Dingen das, was ich schon immer mal besser machen wollte, das steht da drin. Das ist auf Level 2, das ist auf Level 3 oder das ist in meinem dritten Checkpunkt irgendwo zu sehen. Ah, und das sind die Punkte, die ich davor nie gemacht habe, die sollte ich jetzt mal angehen. Also das Verständnis ist mir wichtig, warum in dem Referenzmodell Sachen drinsteht. Und dann kann man es letztendlich auch sehr gut verwenden, damit die Leute es wie eine Referenz ja auch sein soll, wirklich als Referenz fürs tägliche Doing verwenden können. Hast du denn trotzdem schon mal Testprozessverbesserungen auch ohne Einsatz eines Referenzmodells durchgeführt? Also ganz ohne würde ich jetzt nicht sagen. Es ist natürlich ein gewisses Modell immer in meinem Kopf auch dabei. Aber es ist schon so, dass wir auch Testprozessverbesserungen, gerade punktuelle Testprozessverbesserungen vorgenommen haben in Bereichen, für die es jetzt kein explizites Referenzmodell gibt. Also ich nehme mal das Beispiel Testautomatisierung. Ja, da gibt es in den großen Modellen nichts Explizites. Da gibt es ein paar Beratungshäuser, die da einzelne Sachen gebaut haben. Da ist dann eher der Grundsatz aus Referenzmodellen mir wichtig, dass es gut geplant ist, dass ich weiß, was ich eigentlich testen will, dass ich daraus ableite, was ich automatisieren will. Und an der Stelle ist dann eben wichtig, dass dieser Grundgedanke eines Referenzmodells da ist. Aber ja, das geht auch ohne ein dediziertes Referenzmodell. Aber das waren dann eher punktuelle Prozessverbesserungen. Wie sollte man an ein Testprozessverbesserungsprojekt herangehen? Also wichtig ist, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass man den Leuten in diesen Projekten oder in dem Unternehmensbereich, den man jetzt eben sich anschauen will und verbessern will, ganz klar mitgibt, warum machen wir das Ganze. Und dass man auch ein Stück weit auf sie zugeht, weil das sind ja Leute, die teilweise jahrzehntelang schon in diesem Beruf als Tester oder Testerin gearbeitet haben oder Testmanagerin, wie auch immer. Und es eignet sich natürlich nicht, dass man dann hingeht und sagt, ja, hier gibt es ein Referenzmodell und alles, was ihr macht, ist Quatsch. Das geht ja alles viel besser. Das heißt, man sollte auf jeden Fall am Anfang zeigen, was ihr gemacht habt, ist den Umständen entsprechend gut, sehr gut, grottenschlecht, wie auch immer. Da darf man gerne ehrlich sein. Und aus folgenden Gründen sprechen wir jetzt über Testprozessverbesserungen. Sehr oft, und die Frage hat man ja vorhin schon, kommt man dann eben drauf, ich würde ja gern mehr, aber die Anforderungen kommen so spät. Die Entwickler sagen mir gar nicht, was sie da alles machen. Die Infrastrukturkolleginnen stellen mir Sachen bereit. Ich bin erst mal drei Tage damit beschäftigt, überhaupt herauszufinden, wie ich es testen kann. Und das heißt, man muss am Anfang eines Testprozessverbesserungsprojektes erst mal ein Verständnis dafür sorgen, dass man hier eben Teil der Lösung sein will, dass man nicht dazu da ist, am Ende dann zu sagen, oh, ihr seid aber wirklich schlecht, sondern dass man sagen kann, okay, ich helfe euch, diese Punkte mal zu visualisieren, diese Punkte mal auch auf Managementlevel nach oben zu bringen, um dann deutlich zu machen, warum es denn gerade schlecht läuft. Weil sehr oft, dadurch, dass wir TesterInnen diejenigen sind, die Fehler hervorheben und die dann am Ende leider auch sagen müssen, nee, so kann man echt nicht live gehen, werden wir halt auch als die Schuldigen dann schnell dargestellt. Deswegen muss man den Leuten erst mal das fühlen, hier ist jetzt endlich mal jemand, der euch ernst nimmt, der eure Bedürfnisse und auch eure Sorgen, ihr tagtäglich habt mal hervorhebt und mit einem gescheiten Testprozessverbesserungsprojekt können wir das auch wirklich nach und nach angehen. Und das ist nicht nur damit getan, dass ihr eure Arbeit verbessert, sondern sehr viel, dass der Input und die Schnittstellen verbessert werden. Was sind dann wichtige Erfolgsfaktoren für die Umsetzung eines Testprozessverbesserungsprojekts? Sehr wichtig ist, dass man alle Beteiligten dabei hat. Also wenn wir, davor machen wir erst mal ein Assessment und eine Analyse. Wir versuchen erst mal herauszufinden, wie denn der Ist-Zustand ist. Da möchte ich schon nicht nur die Tester und Testerinnen dabei haben. Da möchte ich den Entwicklungspartner dabei haben, die Projektmanager. Die muss ich nicht bei jedem Schritt dabei haben, aber ich möchte deren Verständnis, wie Testing heute funktioniert, wirklich auch mitnehmen. Für die Umsetzung des eigentlichen Projektes ist dann wichtig, dass man sieht, A, wie passt es denn in die tagtägliche Arbeit rein? Wenige Firmen haben wirklich den Luxus, dass sie sich ein separates Testverbesserungsprojekt leisten können, wo die Leute, die im Projekt sind, nicht wirklich was zu tun haben. Und das will ich auch gar nicht. Ich will ja in den Projekten was verbessern, nicht in der Methodik oder in irgendwelchen Dokumenten. Das heißt, ich muss sehr genau darauf achten, welche Releases stehen in der nächsten Zeit an und wo kann man euch wirklich auch Arbeit abnehmen. Mit welchen Punkten aus diesem Testprozessverbesserungsprojekt seht ihr denn sofort auch eine Auswirkung in eurem täglichen Doing? Ist es eine kleine Prozessänderung? Ist es eine Automatisierung eines Prozesses zum Beispiel, die euch wirklich schon hilft, damit ihr mehr Kapazität habt? Das heißt, Kapazität der Leute ist der zweite wichtige Erfolgsfaktor und der dritte Punkt ist, dass es wirklich messbare Schritte gibt. Dass wir eben nicht sagen, unser Ziel sollte am Ende des Tages sein, dass wir eine bessere Methodik haben, sondern nein, unser Ziel ist, wir finden mehr Fehler früher, wir finden, wir haben weniger Incidents in Produktion, wir sind mit einer besseren Testabdeckung unterwegs oder was auch immer. Aber so praktische Punkte sollte es letztendlich geben, damit die Leute verstehen, okay, wenn wir alle gemeinsam in diese Richtung gehen, dann wird unser Leben auch tagtäglich besser. Und welche Motive hatten dann deine Kunden konkret, ein Testprozessverbesserungsprojekt anzugehen? Ja, da gibt es verschiedene Lager, würde ich mal sagen. Also der einfachste Fall und für mich auch der uninteressanteste Fall ist Leute, die wirklich nur von außen ein Zertifikat haben wollen oder eine Anerkennung, dass sie ja alles ganz toll machen. Das sind dann Leute, die anrufen und sagen, hey, damit ich meinen Bonus dieses Jahr kriege, muss ich auf Level 3, Level 4 nach folgendem Modell sein. Oder es sind Unternehmen, die sagen, ich kann in diesem Markt nur noch Geschäft machen, wenn ich mindestens auf Level 4 in irgendeinem Modell zertifiziert bin. Ja, da geht es dann nicht um Testprozessverbesserung, da geht es nur um ein Assessment und damit ich irgendeinen Badge habe, das kann ich mir an die Wand hängen und dann bin ich durch. Viel lieber sind mir natürlich die Leute, die sagen, okay, ich weiß, wir haben ein Problem, und ich weiß auch, das Problem ist gar nicht im Testing an sich, aber wir müssen mal im Testing anfangen zu verbessern, weil wir dann den Leuten noch zeigen können, woran es eigentlich hakt. Also, es gibt natürlich viele Kunden, die sagen, okay, wir haben jetzt, ich denke an eine Schweizer Bank, wo wir Anfang des Jahres waren, hatten eigentlich sehr viele Production Outages in ihrem Kernbankensystem, viel zu viele. die Callcenter waren komplett überlaufen, die neue App ist komplett abgeschmiert und da lagen die Motive auf der Hand, aber wie üblich wurde der Schuldige halt erst beim Testing gesucht. Ja, warum habt ihr nicht besser getestet? Dann hätten wir diese Probleme nicht. Das heißt, die Kunden wollten erst mal sagen, okay, wir müssen das verbessern, anscheinend ist die Qualität schlecht, lass uns da doch mal reingehen und dann gibt es eine ganz kleine Ecke von Kunden, sage ich mal, die da wirklich aus finanziellen oder monetären Aspekten drangehen, die sich anschauen und sagen, okay, wir geben ungefähr so und so viel für unsere Entwicklungspartner aus, wir haben eine relativ große interne Testing-Mannschaft, kann ich das nicht irgendwie kapazitativ verringern, kann ich da nicht wirklich auch Kosten sparen? Das ist aber zum Glück eine sehr kleine Ecke, die meisten haben wirklich entweder Qualitätsprobleme, sie haben Time-to-Market-Probleme, sie sind nicht mehr davon begeistert, dass die FachbereichsmitarbeiterInnen so viel testen müssen und dauernd aus dem Tagesgeschäft rausgerissen werden und irgendwann nervt es sie. Einen interessanten Kunden hatte ich, das war hier bei einer Bank in Deutschland, der Kollege war früher der Leiter im Betrieb, das heißt, es war derjenige, wenn am Wochenende ein Release schief ging, der dann Montagfrüh vom Vorstand rausgeklingelt wurde und gesagt hat, hey, Zahlungsverkehr steht, geht gar nicht. Irgendwann war der so genervt davon, dass er gesagt hat, okay, ich werde jetzt Leiter ab Abnahmetest, ist also aus dem Betrieb rüber in die Entwicklungsabteilung, sich dort auf den Abnahmetest gesetzt und hat gesagt, hier, es kann nicht sein, dass hier immer wieder so viele Fehler rausgehen, das heißt, der hatte ein sehr persönliches Motiv, er wollte mal endlich in Ruhe gelassen werden und hat zum Glück dann gesagt, das ist nicht irgendjemandes Problem, sondern ich mache es jetzt zu meinem Problem, ich möchte mal herausfinden, woran es wirklich scheitert. Das ist selten, aber das ist natürlich das Beste, wenn da jemand in Verantwortung sagt, okay, es kann so nicht weitergehen, wir können nicht immer nur uns die Schuld hin- und herschieben, wir müssen mal wirklich auch daran gehen, dass wir das verbessern und nicht immer nur ad hoc Firefighting betreiben. Ja, diese Motive hören sich ja schon sehr nachvollziehbar an. Trotzdem gibt es natürlich auch Hindernisse, die bei der praktischen Umsetzung von Testprozessverbesserungen auftreten. Kannst du da vielleicht ein paar nennen, die dir begegnet sind? Ja, gerne und das ist das Unschönste, war dann wirklich auch ein Erlebnis hier in Deutschland wieder bei einer beim Kapitalmarktgesellschaft. Hindernisse waren da rein politischer Natur. Es gab zwei Abteilungen, die die große Anwendungsblöcke getestet haben und die eine wollte unbedingt besser sein als die andere, weil da ging es um Postengeschacher, da ging es um Budgets. Das heißt, man hat uns eigentlich nur dazu geholt, um in der Analyse und dann in der Testprozessverbesserung zu zeigen, wir sind ja viel besser als die anderen. Deswegen, wenn ihr irgendwo Kosten cutten müsst, wenn ihr irgendwo Ressourcen freisetzt, dann doch bitte in einer anderen Umgebung. Das heißt, die Politik ist ein Hindernis. Genauso wie, wie was ich vorhin gesagt habe, wenn man reingeht und den Leuten erklärt, was sie dann bitte besser machen sollen. Ja, das kommt immer sehr gut an, da ist jemand, der 10, 15 Jahre lang ihr Spartengeschäft getestet hat in der Versicherung und wenn man da reinkommt, dann noch dazu als Berater, der das Haus noch gar nicht kennt und sagt, okay, aber eigentlich sollten die Testfelder doch so aussehen, das kommt prima an. Das heißt, die Hindernisse, die sind dann sofort da und die Leute machen gar nicht mehr mit. Das dritte Hindernis ist, dass sehr viele Leute Assessments haben wollen, Analysen, die wollen wissen, wo sie ungefähr stehen, damit sie dem Vorstand, der Bereichsleitung, wem auch immer etwas zeigen können, aber dann haben sie nicht so wirklich Lust darauf, da wirklich in die Testprozessverbesserung einzusteigen. Da fehlt dann das Budget, weil der Fachbereich gibt uns Geld, damit wir irgendwelche neuen Anwendungen erstellen oder dass wir neue Features beibringen und dass wir interne Testprozessverbesserungen machen. Da gibt es gerade in IT-Bereichen leider noch sehr wenig Budget dafür, weil wenn es nicht regulatorisch gefordert ist, wenn es da keine Findings gibt, dann muss man erst mal den Schritt dazu hinkriegen, dass die Leute verstehen, ich muss da trotzdem mal investieren. Wie stark ist denn der Einfluss des Kontextes auf das Thema und wie sollte in der Praxis der Kontext berücksichtigt werden? Der ist natürlich sehr stark und ein gutes Modell lebt davon, dass man dieses Modell auch an den Kontext anpassen kann. Ich hatte ja schon über die Softwareentwicklungsmethodik gesprochen. Da ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt im traditionellen Wasserfall mich bewege oder in Scrum oder in Safe oder im Engineering Bereich unterwegs bin, weil da einfach die Testprozesse leicht anders sind und die Stufen anders sind. Das heißt, das muss ich schon mal beachten. Ich muss auch sehr stark beachten, wie ist denn das Thema organisatorisch aufgeteilt. Weil wenn ich hier in der IT, aus der IT heraus eine Testprozessverbesserung mache, mein eigentlicher Systemtest und Abnahmetest aber hauptsächlich in den Fachbereichen stattfindet, dann kann ich da in der IT gar nicht mehr so viel anfangen. Das heißt, der Kontext wäre da. Ich kümmere mich mal viel mehr darum, wie denn die ganze Testvorbereitung abzulaufen hat und versuche nicht irgendwie die Testdurchführung zu verbessern. Oder drittes Beispiel ist natürlich dann auch teilweise industrierbar, viel mehr applikationsabhängig. Wenn ich eine Standardsoftware habe, Common-of-the-shelf-Produkt, dann gibt es da einfach viele Sachen, von denen ich ausgehe, dass sie schon getestet wurde. Oder ich habe ein Outsourcing in meiner Entwicklung. Ja, dann muss ich vielmehr an den Schnittstellen meine Testprozesse verbessern und habe gar nicht so viel Durchgriff. Also es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das sollte man in der Praxis dann sehr früh auch berücksichtigen, wenn die Leute eben sagen, okay, wir wollen unsere Testprozesse verbessern, dass man erstmal darstellt, okay, was bedeutet das? Welche Beteiligten gibt es alle in diesen Prozessen? Und da sind wir dann auch wieder bei den Hindernissen. Da wird aus einem kleinen, singulären Thema, wir haben zu viele Fehler im Abnahmetest plötzlich ein sehr großes, sehr komplexes Thema. Und da muss man den Kontext eben berücksichtigen, dass man sagt, okay, wir fangen erstmal in diesem Bereich an, dann gehen wir vielleicht zum nächsten Bereich und verbessern es Schritt für Schritt. Weil ansonsten wird das Thema gerne sehr groß. Welche Faktoren sind denn bei der Aufwandsschätzung von Testprozessverbesserungsprojekten zu berücksichtigen? Also mittlerweile führe ich das sehr gerne auch einfach iterativ zu durch, weil es eben sehr schwierig ist, von Anfang an zu sagen, wir verbessern jetzt unsere Prozesse und dazu brauchen wir so und so viel Aufwand und dann sind wir auch durch. Es gibt verschiedene Blöcke. Es gibt den Analyseblock, dass man wirklich mit den Leuten versteht, woran es denn heute hakt. Dann gibt es den Vorbereitungsblock. Ich muss mir aus der Methodik heraus verschiedene Sachen ableiten. Wie will ich es denn besser machen? Dann gibt es eine Pilotierung des Ganzen und dann ein Rollout und der Rollout beinhaltet eben auch die Schulung der verschiedenen Mitarbeitenden zum Beispiel. Der Rollout beinhaltet auch, dass ich Dokumentationen, Prozessbegleitende Dokumentationen ergänzen muss oder sogar meine schriftlich fixierte Ordnung im regulatorischen Umfeld verbessern muss. Das heißt, diese vier Blöcke kann ich relativ gut schätzen. Was ich relativ schwer schätzen kann, ist, wie lange brauche ich denn für diese einzelnen Punkte? Weil da sind wir dann wieder beim Punkt, ich brauche natürlich die Mitarbeiter einzelnen Beteiligten. Die müssen das auch in Projekten umsetzen können und wenn ich zum Beispiel die Aufwandsschätzung von Testprojekten verbessern will, dann kann ich das schlecht machen, wenn ich gerade mitten im Abnahmetest bin. Dann muss ich auf das nächste Projekt warten. Deswegen gehe ich diese Blöcke gerne iterativ an, habe einen riesigen Backlog, den packe ich in verschiedene Sprints, damit ich die auch parallel durchführen kann. Und dann ist es eben wichtig, wir haben eine Koordinationsstelle des Ganzen, am besten intern, die das eben quer über die verschiedenen Pakete koordinieren kann. Und dann kann ich auch da sehr kleinteilig schätzen, weil ich ja weiß, das ist jetzt Aufwand, um hier irgendein Dokument anzupassen. Das ist Aufwand, die Leute zu schulen und so weiter und so fort. Wie will ich denn oder soll ich denn den Erfolg von Verbesserungsmaßnahmen bei Testprozessen messen? Also bewertet sich für mich eigentlich eine zweifache Messung. Zum einen natürlich, jeder Testprozess sollte generell mit Metriken hinterlegt sein. Ich möchte wissen, wie produktiv ich bin, Testfälle abzuleiten, wie oft Testfälle angepasst werden müssen, wie viele Review-Kommentare ich finde. Also ich bin ein sehr großer Fan von Metriken. Daran merkt man vielleicht auch, dass ich 17 Jahre lang bei Accenture war. Die sind ja wirklich mit Metriken durchsetzt. Aber letztendlich finde ich für jeden Prozess eine gescheite Metrik und zwar nicht eine, die mir sagt, wie viele Testfälle hast du heute erstellt, sondern lieber einen Trend im Vergleich zu gestern, im Vergleich zur letzten Woche, damit ich da auch wirklich Sachen sehe. Und dann kann ich halt sehr klar auch sagen, okay, wir verbessern jetzt den Prozess XY und dann will ich da eben auch eine Bewegung drin sehen. Jetzt ist es natürlich so, dass die Testprozesse nicht wegen einer Testprozessverbesserung besser werden. Wenn die Anforderungen später kommen, dann kann meine Metrik wesentlich schlechter sein, obwohl ich den Prozess verbessert habe. Deswegen ist für mich auch ein zweiter Faktor wichtig, dass ich wirklich die Beteiligten, also die Prozess-Owner, die Prozessbeteiligten regelmäßig frage und frage, okay, wie wichtig ist dir diese Sache und wie zufrieden bist du damit? Das heißt, ich will auch wirklich, und das werden die Leute ja sehr selten gefragt, wie zufrieden bist du mit den Prozessen? Und im Testing ist das eigentlich sehr gut, weil die Leute haben ein sehr gutes Kontextwissen, die wissen, wovon sie abhängig sind und wenn du sie dann einfach fragt, ist das jetzt einfacher für dich geworden, an die benötigten Informationen zu kommen? Ist es einfacher für dich geworden, mit der Entwicklung zu sprechen, mit dem Betrieb zu sprechen? Ja, dann habe ich eigentlich beide Seiten. Ich habe eine Metrik, die mir zeigt, langfristig werden meine Prozesse wirklich besser und ich habe eine Metrik, die mir sagt, sind die Leute denn zufrieden damit, weil nur wenn sie zufrieden damit sind, werden sie den Prozess auch weiter so in der verbesserten Form umsetzen und nicht beim nächsten kritischen Meilenstein wieder über Bord werfen und wieder einfach so weitermachen, wie sie es gewohnt sind. Du hast es jetzt zwar schon ein bisschen implizit beantwortet, aber trotzdem nochmal die konkrete Frage, mit welchen Metriken konntest du Erfahrungen machen und wie haben die sich in der Praxis bewährt? Also die, die sich bewährt haben, hatte ich gerade genannt. Wenn ich wirklich konkret sehen kann, wie meine Testdurchlaufzeit ist, wie viele Fehler ich in welcher Stufe finde, wie viele Fehler ich auch wiederkehrenden Stufen finde, von Release zu Release finde ich immer wieder die gleichen Fehler, wie viele Fehler vermieden werden konnten oder auch wie viele Fehler unzulässigerweise gemeldet wurden, also Defect Rejection Rate. Das funktioniert sehr gut. Was wirklich schlecht funktioniert ist, wenn ich das rein finanziell versuche zu beurteilen, dass ich sage, wir haben jetzt in diesem Quartal, in diesem Projekt, wie auch immer, x Prozent des Gesamtprojektes an Tests aufgewendet und im nächsten Quartal war es weniger oder mehr, weil das ist so extrem schwankend, wenn ich nicht gleichzeitig auch die Softwareentwicklung verbessere, dass ich mittlerweile komplett davon weggegangen bin, wenn Leute vor einem Testprozess Verbesserungsprojekt einen richtigen Business Case haben wollen, weil damit habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass es dann nur noch darum geht, kann ich in meinem nächsten Budget drei Planstellen rausschneiden, weil ich ja schneller werde. Das machen wir auch bei der Testautomatisierung nicht mehr. Es geht nicht darum, hier wirklich Kosten einzusparen, es geht darum, smarter zu testen, an den richtigen Stellen zu testen und so, dass es auch möglichst effizient ist. Und meistens ist es ja so, dass ich dadurch dann auch ein bisschen mehr teste als vorher. Also soll heißen, der Erfolg ist für mich nicht, dass ich jetzt von zehn Leuten im Test auf acht Leute runtergegangen bin. Der Erfolg ist, dass meine Testabdeckung höher ist, dass ich weniger Fehler in späteren Phasen finde und diese Punkte sind. Wie wichtig ist der Management Support für ein Testprozess Verbesserungsprojekt und geht Testprozess Verbesserung auch von unten? Also wie jeder Change muss dieser Change natürlich auch oben verankert werden. Die Leute müssen gerade am Anfang erstmal ein Verständnis dafür gewinnen, warum müssen wir jetzt hier irgendetwas verbessern und sie brauchen auch so eine kleine Navigationshilfe und die kann aus meiner Sicht nur aus dem Management, aus der Teamleitung, wie auch immer wir das nennen wollen, je nachdem wie flach die Hierarchie ist, kann nur da rauskommen. Es ist dann auch egal, ob es jetzt aus regulatorischen Gründen zu Prozessverbesserungen kommen soll oder ob das ist, weil die Qualität einfach schlecht ist oder weil sich jemand auf die Fahne geschrieben hat, wir wollen effizienter und innovativer sein, aber das Management muss da vorangehen und muss auch beteiligt sein. Das heißt, in den Assessments führen wir auch Assessments mit dem Management durch, um zu verstehen, wie denn ihre Sicht ist und vor allen Dingen, was kriegen sie denn eigentlich mit? Weil wenn das Management immer nur Eskalationen mitbekommt von einzelnen Incidents, dann haben sie natürlich ein sehr schlechtes Bild vom Test, wenn sie gar nicht mitbekommen, dass wir aber grundsätzlich 95 Prozent Abdeckung haben, dass wir 80 Prozent in der Regression schon automatisiert haben, das sind Sachen, die verschwinden dann gerne oder andersrum, es hat ihnen jemand versprochen, dass er 80 Prozent automatisiert, das ist aber leider nie umgesetzt worden, deswegen bin ich da als Management sehr gerne ein und die müssen auch vorangehen, die müssen ihrem Team immer wieder sagen, aus diesen Gründen machen wir das und natürlich geht Testprozessverbesserung auch von unten, das ist eine sehr gute Möglichkeit, sich da ein bisschen Gehör zu verschaffen, zu sagen, hey, wir haben folgendes Problem gefunden, wir haben jetzt kein extra Budget dafür veranschlagt, sondern wir sind da einfach mal reingegangen und haben diese Prozesse verbessert, aber liebes Management, damit wir das jetzt in die Breite ausrollen, nicht nur in einem Projekt lassen, da brauchen wir euren Support, deswegen den Support braucht es so oder so, aber es ist natürlich wichtig, dass die beiden Ebenen dann eben auch zusammenkommen und wie gesagt, für einen Testerin ist aus meiner Sicht immer sehr schön, wenn man sich Gehör verschafft, wenn man merkt, okay, mit meinem Thema komme ich jetzt auch mal weiter oben an, damit ich nicht in jedem Projekt und in jedem Release immer wieder in die gleichen Probleme reinlaufe. Wie sollte dann mit Testverbesserungsvorschlägen von unten umgegangen werden? Ja, was heißt von unten? Markus, wir sind ja unter uns, also so ein Assessment ist ja meistens so, dass ich mir anhöre, was die Leute in Interviews sagen und ich als schlauer Berater fasse dann die Punkte nur zusammen und plötzlich kommen ganz tolle Empfehlungen raus. Das Spannende dabei ist, das sind ja alles Verbesserungsvorschläge, die Leute schon mal im Kopf hatten. Natürlich sind da auch neue Sachen dabei, aber es wandert eben nicht von Projekt zu Projekt, es wandert eben nicht über Abteilungen hinweg. Ja, das sind einzelne Leute, die sich schlaue Gedanken gemacht haben, die dann aber durch irgendetwas behindert wurden, um das auch mal umzusetzen. Das heißt, wir müssen sie auf jeden Fall einbeziehen. Ich habe am Ende, zum Beispiel bei meinen Assessments, wenn ich die durchführe, die sind Interview basiert, da haben wir meistens so vier bis sechs Leute dann in einem Interview und am Ende stelle ich immer die gleiche Frage. Die Frage lautet, wenn du jetzt alles Budget und wirklich auch alle Autorität hättest, was wäre denn die eine Sache, die du verbessern würdest? Das heißt, so sammle ich aktiv Testverbesserungsvorschläge von unten ein, die wenigsten sagen zum Glück, ich würde mir erst mal mein Gehalt erhöhen oder ich würde erst mal in den Urlaub gehen. Die meisten haben dann, klar, auch ein paar unrealistische Vorschläge, wie ich würde eine komplette produktionsnahe Testumgebung mir nochmal hinsetzen, aber das ist sehr wichtig und so versuche ich, die einzufangen und weil ich da ein bisschen von den Referenzmodellen habe, sondern frage mal wirklich ganz persönlich jeden Einzelnen ab und da kriegt man sehr interessante Sachen, die ich direkt in mein Backlog dann einarbeiten kann. Was hältst du von unternehmensinterner Testprozessverbesserung? Das ist eigentlich mein Ziel, also wenn ich hingehe und den Leuten ein Referenzmodell und ein Testprozessverbesserungsprojekt vorstelle, dann ist mein Ziel, dass wenn ich weg bin, das weitergeführt wird, weil wir machen das ja nicht einmalig. Wir wollen nicht die Dokumentation verbessern, damit wir durch irgendeinen ISO-Audit durchkommen und durch irgendeinen regulatorischen Checks, sondern ich will ja, dass es im Unternehmen lebt, weil ich fest davon ausgehe, dass die Prozesse, die wir verbessern, auch wirklich gut für die ganzen Menschen dann sind. Bedeutet, wir brauchen explizit im Unternehmen Leute, die sich das auf die Fahne schreiben. Ob das jetzt eine dedizierte Testprozessverbesserungsstelle ist, wie es in manchen Unternehmen gibt, also wirkliche Testarchitekten, die nichts anderes machen oder ob das dann einfach so eine Art Community ist von Testmanagerinnen, die das dann, die sich einmal im Monat treffen und über diese Verbesserungsvorschläge sprechen und die dann nach und nach einsetzen. Das ist mir egal, aber ich will es im Unternehmen verankert werden. Ich glaube schon, dass es in den meisten Fällen so eine Art externen Anstoß geben muss, aber letztendlich will ich, dass es im Unternehmen verankert ist und will, dass die Leute auch weiter treiben, weil sie selbst daran glauben. Ja, welche Vorteile hat dann der Einsatz eines externen Dienstleisters für die Durchführung eines Testprozessverbesserungsprojekts? Also zum einen ist die Struktur so eines Prozessverbesserungsprojektes schon relativ gewöhnungsbedürftig. Wie ich vorhin sagte, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass ich mal überlege, wie ist denn der Stand heute, dass ich dann theoretische Basis schaffe, das dann pilotiere. Aber es gibt ehrlicherweise ja so viele Prozessverbesserungsprojekte, mit denen die Kolleginnen da draußen dauernd konfrontiert werden. Es gibt Kostenreduktionsprogramme, es gibt die digitale Transformation, die agile Transformation. Denn jeder kommt auf dich zu und sagt, hey, wir verbessern jetzt mal was. Deswegen ist es wichtig, dass man da am Anfang auch ein bisschen ein externes Coaching hat, das den Leuten erklärt, warum machen wir das eigentlich und was ist eure Rolle da drin? Und zum Zweiten hilft so ein externer Dienstleister auch sehr deutlich dabei, diese Barriere zwischen den Leuten, die die Prozesse wirklich durchführen und dem Management mal zu durchbrechen und den Leuten wirklich zu sagen, okay, schön, ihr wollt Testprozesse verbessern, aber ihr habt so grottenschlechte Anforderungsentwicklungsprozesse, fangt doch bitte mal erst da an, ansonsten können wir machen, was wir wollen im Test, das wird nie besser. Und diese Sachen kann man sich abholen, was ein externer Dienstleister natürlich auch sehr gut machen kann, dann kann sich auch mal eine Watschen abholen. Das ist derjenige, der den Finger in die Wunde mal steckt und dann auch dadurch durchaus mal angegriffen wird. Ich weiß noch, ich habe in Südafrika mal Testprozessverbesserungen durchgeführt, wir haben die ersten Interviews geführt, dann haben wir, was ich sehr gerne mache, eine große Townhall-Session gemacht, wo wirklich jeder zu dem Projekt Fragen stellen konnte. Allererste Frage, hey, die Arbeitslosigkeit in Südafrika ist so hoch, warum kommt ihr jetzt mit Externen herein? Kann das nicht jemand intern machen? Wir haben noch viel bessere Leute. Und das ist natürlich dann hilfreich, wenn dann der Externe da vielleicht auch mal ein bisschen rot wird und ein bisschen rumstammelt oder idealerweise auch eine gute Antwort dafür hat, aber er kann diesen Druck oder sie kann diesen Druck auch mal ein bisschen abfedern, damit die Leute sehen, hey, wir als Unternehmen wollen besser werden und diese Externen helfen uns dabei. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, am Anfang, zumindest für diese Navigationshilfe, die ich vorhin erwähnt habe, sich ein bisschen externe Unterstützung zu holen. Wie wichtig ist die Beteiligung eines erfahrenen Assessors? Das ist für mich wirklich unabdingbar. Da bin ich natürlich ein bisschen mit Vorurteilen behaftet, aber ein Assessment wirklich gut durchzuführen und mit gut meine ich, dass es einigermaßen objektiv ist, dass die Leute Vertrauen entwickeln, sich auch wirklich öffnen und sagen, was hier schief läuft und was man besser machen kann und dass das Assessment dann auch wirklich repräsentativ ist. Dazu braucht man eine gewisse Erfahrung, wie man das macht. Die interne Sicht, das sehe ich ja in meinem eigenen Unternehmen, wenn ich da auf meine eigenen Prozesse schaue, dann hat man immer gewisse Scheuklappen auf. Man sieht Sachen, wie sie einem berichtet wurden zum Beispiel oder anhand der Metriken, die man halt kennt. Ein erfahrener Assessor würde das eben merken und vor allem diese politischen Spielchen, die ich vorhin meinte, in der Abteilung A will unbedingt besser sein als Abteilung B, die kann so ein Assessor dann auch sehr gut abfedern. Das muss nicht unbedingt ein Externer sein. Es gibt ja auch Assessoren, zu denen man sich schulen lassen kann, zu denen man sich zertifizieren lassen kann, aber man braucht die Erfahrung. Man muss schon ein paar Mal da durchgegangen sein. Ich hatte auch schon Interviews, wo die Leute nach zwei Minuten wirklich zugemacht haben und gesagt haben, ich will hier gar nichts mehr beitragen. Warum redest du mit mir über Tests? Ich komme aus der Infrastruktur, mich interessieren Deployments. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. Ich gehe jetzt. Und mittlerweile, dank Corona, sind wir sehr oft in virtuellen Assessments unterwegs. Das ist noch einfacher für die Leute, einfach ihr Teams oder Zoom oder was auch immer auszumachen und dann sind sie weg. Und da braucht man schon Erfahrung, wie geht man mit so Leuten um? Wie erklärt man ihnen nochmal, wo kommt das jetzt eigentlich her und was macht es dann für dich? Wo verbessert es wirklich deinen täglichen Job? Und da ist, in der Frage stecken ja zwei Sachen. Das Erfahren ist das eine, das kann ich mir erarbeiten, aber Assessor, welche Systematik ich verwende, damit es repräsentativ ist, dass das andere und beides ist für mich unabdingbar. Und welche Vorteile hat die Bewertung des Reifegrads eines Testprozesses im Team? Da sind wir dann bei der Objektivität. Das habe ich bei diesem CMMI Assessment bei Accenture gelernt. Da hatten wir zum Glück externe Assessoren, die da schon wirklich jahrzehnteljahrelange Erfahrungen damit hatten. Da war ich ja, also ich relativ junger Consultant, hatte so viele Projekte noch gar nicht gesehen, aber man hat gemerkt, ich muss dann letztendlich auch irgendwie zu einem Konsens kommen. Wurde dieser Checkpunkt oder diese Practice erreicht oder nicht? Und da konnte ich eben sagen, ja, aus meiner Sicht wurde der vollumfänglich erreicht oder ich habe es jetzt nicht genau verstanden, aber ich kann damit leben, wenn ihr sagt, der wurde erreicht oder ich konnte halt sagen, nein, der wurde nicht erreicht. Und wenn im Team da der Konsens herrscht, dass das eigentlich erreicht wurde, dann bin ich als Assessor auch in einer ganz anderen Position, um zu sagen, ja, wir sind jetzt soweit. Und viele Reifegradmodelle sind ja hierarchisch, die sind kaskadierend. Das heißt, ich habe einzelne Practices, die fasse ich zusammen zu Zielen, die fasse ich zusammen zu Prozessbereichen, die fasse ich zusammen zu Reifegraden. Und wenn ich das im Team mache, dann ist es viel schwieriger, dass mir einer irgendetwas erzählt in einem Interview und ich glaube das einfach mal und mache das, weil dann hören zwei, drei, ein paar Ohren zu und die unterschiedlichen Hintergründe der Leute, die unterschiedlichen Sachen, die sie gesehen haben, helfen einfach sehr stark bei der Bewertung. Weil ich will ja als Assessor nicht reingehen und sagen, hurra, du bist Level 4, es gibt nichts mehr zu tun. Ich will ja möglichst repräsentativ sagen können, in manchen Bereichen läuft es gut, in manchen Bereichen läuft es schlecht und was bedeutet es, wenn wir hier Sachen verbessern, wie kommen wir auf das nächste Level und das geht im Team viel besser. Deswegen bin ich auch sehr gerne in gemischten Teams unterwegs, das heißt ein paar externe, die die Interviews durchführen, aber auch ein paar interne Leute, die dann mir eben auch ein bisschen den Kontext mitgeben können. Ja, das hat der und der jetzt nur gesagt, weil er schon immer Beef mit dieser Person hatte und diese Sachen muss ich ja auch alles mitbekommen. Hast du schon das Scheitern eines Testprozessverbesserungsprojekts miterlebt und was waren gegebenenfalls die Gründe? Ja, also wie gesagt, viel öfter scheitert es nach dem Assessment eigentlich, dass die Leute dann ihr Zertifikat haben oder ihren Bericht und machen damit, was sie wollen, wollen aber nicht wirklich in die Verbesserung einsteigen, weil das würde ja Geld kosten. Also da scheitert es leider oft. Das ist das eine, was wirklich sehr schön gescheitert ist im Nachhinein. Und da lag es dann an Metriken. Ja, das heißt, wir haben parallel zu den Interviews haben wir auch die Metriken erhoben. Wie sind denn so die Fehlerquoten im Abnahmetest und wie hoch ist die Abdeckung und so weiter. Und da der Kunde an der Stelle eigentlich ein sauberes ALM hatte, also ein sauberes Testmanagement-Werkzeug, wo sauber die Teststufen abgebildet waren, die Testfälle waren, das war auch im regulatorischen Umfeld, sind wir davon ausgegangen, okay, dann ist das halt so. Dann haben wir uns die Metriken angeschaut, haben da einige komische Sachen gefunden, haben aber erst mal weitergemacht. Das heißt, wir haben uns selbst nicht wirklich geglaubt, dass es so ist, dass über 40 Prozent der Fehler zurückgewiesen werden von der Entwicklung. Wir haben uns ein bisschen gewundert, aber gesagt, naja Gott, wir sind jetzt seit zwei Wochen hier, das finden wir schon noch raus. Oder warum werden 60 Prozent der Fehler erst im Abnahmetest gefunden? Hat uns auch gewundert, aber haben gesagt, naja, schauen wir mal, was in Interviews rauskommt. Dann haben wir da eben unsere Empfehlungen abgegeben, sind wir mit der Testprozessverbesserung gestartet und weil wir die Metriken nie hinterfragt haben, ist dann relativ früh in dem Prozessverbesserungsprojekt rausgekommen, naja, die Defect Rejection Rate, also die Zurückweisungsrate von Fehlern, lag nur daran, dass die Entwickler wirklich inzentiviert wurden nach Anzahl der Fehler, die sie behoben haben. Das heißt, das haben die jeden Freitag gemacht, die haben jeden Fehler, der bei ihnen offen war, einfach geschlossen, zurückgewiesen, um ihn dann am Montag wieder aufzumachen. Ihre Metriks sah super aus. Fehler wurden hauptsächlich im Abnahmetest gefunden, weil es doch einige Projekte gab, die sich nicht um die regulatorischen Richtlinien geshared haben, sondern gesagt haben, naja, im Systemtest dokumentiere ich alles nicht, mir reicht der Abnahmetest. Logischerweise finde ich das dann nur. Das heißt, davor haben sie Fehler einfach per E-Mail oder per Chat gemeldet. Die Gründe waren, wir sind im Assessment nicht tief genug reingegangen, wir waren zu blauäugig, was die Metriken angeht. Wir haben das auch aus den Gesprächen da noch nicht gehört und auch da wieder, ja, das war eines meiner ersten Assessment-Projekte, da hätten erfahrene Assessor, als ich es damals war, sicherlich geholfen, um zu sagen, Matthias, die Metrik ist so schlecht, es kann gar nicht stimmen. Ja, und ich dachte mir einfach, hey, das sieht so schön hier aus mit der ganzen ALM-Umgebung, das muss stimmen und dann ist das Prozessverbesserungsprojekt eben relativ schnell gescheitert, weil die Sachen, die wir dann empfohlen hatten, sich in Luft aufgelöst hatten und dann auch in dem ganzen Unternehmen überhaupt keine Sinnhaftigkeit mehr gesehen wurde, weil eben gesagt wurde, siehst, weil die externen, die wollten was verbessern, was es gar nicht zu verbessern gibt, wie können die nur? Ja, vielen Dank für deine Offenheit. TMMI ist das führende Referenzmodell für Testprozessverbesserungsprojekte. Wo siehst du Vorteile von TMMI im praktischen Einsatz? Also der eine große Vorteil ist, dass TMMI wirklich ein offenes Modell ist. Das wurde 2006, 2007 nach und nach entwickelt. Es gab da einzelne Punkte in der Industrie, die so ein Reifegradmodell speziell für Testing schon mal vorgedacht hatten und dann haben sich ein paar Leute zusammengesetzt und damals komme ich auch dazu und die haben dann die Practices und die Prozesse wirklich definiert. Das heißt, der Vorteil ist, man geht auf TMMI.org, lädt sich das Referenzmodell runter und jeder sieht genau das Gleiche. Es ist völlig transparent, wogegen ein Assessor jetzt wirklich bewerten wird. Es ist völlig transparent, was von mir auf welchem Level erwartet wird, wie Testplanung auszusehen hat und im praktischen Einsatz, darüber hatten wir vorhin schon mal ganz kurz gesprochen, ist für mich der wirklich unschlagbare Vorteil, ich gehe da rein, ich schaue mir zum Beispiel an, wie sollte man Aufwandschätzung machen für Testing und dann sehe ich da ein paar Beispiele. Dann wird da beschrieben, okay, was mache ich denn, wenn ich nicht in einem klassischen Projektplanungsbetrieb bin mit Work Breakdown Structure und so weiter, sondern was mache ich im agilen Umfeld und das steht da halt schon mal drin. Ich habe meinetwegen auch Templates, mit denen ich arbeiten kann. Ich habe spezielle Beispiele, wie ich mit einzelnen Punkten umgehe und da steckt einfach sehr viel Wissen drin. Das ist ein großer Vorteil, diese Offenheit. Jeder kann da mitarbeiten, jeder kann Fragen stellen. Der zweite große Vorteil ist, dass es ein gestuftes Modell ist. Da gibt es jetzt Vor- und Nachteile davon, aber ich habe nicht die Gefahr, dass ich jetzt einen Prozess verbessern will, für den ich noch viel zu weit davon entfernt bin. Also als Beispiel mal, ich kann statistische Messungen von Prozessen durchführen. Ich könnte zum Beispiel diese Defect Rejection Rate mir ableiten und siehe das Beispiel von der letzten Frage, dann kann ich scheitern, weil der Prozess einfach nicht so ausgerollt ist, dass ich ihn irgendwie sinnvoll messen könnte. Und Thema Mai sagt halt ganz klar, okay, fang doch erst mal an zu definieren, was ihr machen wollt, dann rollt die Prozesse aus und dann könnt ihr langsam mit statistischen Methoden das auch mal verbessern. Ja, das heißt, das sehe ich schon als großen Vorteil, dass ich so eine gewisse Richtlinie habe. Womit fange ich an? Andere Modelle haben das auch. Ja, TPA Next zum Beispiel sagt ja auch sehr klar, es gibt verschiedene Checkpoints und mach doch erst mal diese Cluster und dann mach mit den nächsten Clustern weiter. Aber da muss ich dann halt gleich das Buch dazu kaufen, dann muss ich vielleicht noch in eine Schulung gehen, TMMI lade ich mir runter, lese mir die ganzen Sachen durch und es ist einfach relativ selbsterklärend und es wird halt auch laufend weiterentwickelt von einer globalen Gruppe. Ja, du hast schon das angesprochen, TMMI ist ein Stufenmodell. Ist es aber trotzdem möglich, TMMI auch kontinuierlich einzusetzen? Ja, mache ich auch sehr gerne. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, wenn ich eine ganze Organisation auf einen Level heben will, dann gehe ich sehr gerne in Stufen vor, weil dann hat wirklich jeder seinen Nordstern und weiß, okay, wir wollen jetzt erst mal das machen. Das bedeutet, manche Projekte sind vielleicht schon weiter, manche Abteilungen sind schon weiter, die haben das alles schon sauber, aber ich will erst mal alle auf einen Level bringen und gehe dann auf die nächste Stufe. Wenn ich allerdings in ein Großprogramm gerufen werde, die einfach Probleme mit Tests haben, dann kann ich mir da natürlich aus TMMI sehr einfach die Prozessbereiche rausschneiden, in denen es gerade hakt und sage, okay, diese Sachen machen wir jetzt nacheinander, weil ich ja weiß, wie die aufeinander aufbauen. Das heißt, wie gesagt, ich muss nicht Metriken einführen, wenn die Prozesse nicht sauber abgebildet sind und so Sachen. Das heißt, ja, ich kann es auch kontinuierlich einsetzen. Da braucht es dann aber halt wirklich jemanden, der sowas schon ein paar Mal gemacht hat, weil TMMI eigentlich ein reines Stufenmodell ist und davon ausgeht, eine Stufe nach der anderen und so verändern wir quasi eine Organisation nach der anderen. Es geht, braucht aber ein bisschen mehr Transferleistung und Leute, die Erfahrung, vielleicht auch in unterschiedlichen Referenzmodellen haben. Du hast ja vorhin gesagt, das ist führende Referenzmodell. Es gab eine wissenschaftliche Arbeit, die sich einfach angeschaut hat, weltweit, welche Referenzmodelle im Testing gibt es eigentlich, in welche werden eingesetzt und TMMI wurde einfach am öftesten genannt letztendlich. Bedeutet aber nicht automatisch, dass die anderen schlecht sind. Ich verwende sehr gerne auch andere Referenzmodelle als Ergänzung, je nachdem, was in dem Unternehmen halt los ist. Und wie stark hängt TMMI mit CMMI zusammen? Also in der Entstehungsgeschichte hängt es sehr eng zusammen. Wir haben, es gab ein sogenanntes Testing-Mature-Termodell, das hat die University of Illinois mal entwickelt, zusammen mit dem Department of Defense in den USA. Department of Defense ist natürlich extrem CMMI-lastig. Das heißt, sie haben erstmal gesagt, hey, wir brauchen ein Stufenmodell, wir brauchen fünf Level und die Struktur, dass ich, wie gesagt, Maturity-Level habe, dann darunter Process Areas, darunter Goals, darunter Practices. Das ist eins zu eins, wie CMMI damals gelebt wurde. Das ist aber auch wirklich der einzige Zusammenhang. Das heißt, es gibt keine Verbindung zwischen dem SEI, also dem Institut, das hinter CMMI steckt, oder anderen Assessoren. Man hat sich wirklich nur der Struktur bedient, weil wir als CMMI-Foundation eben gesagt haben, warum sollen wir jetzt jetzt was komplett Neues ausdenken, nehmen wir doch ein Referenzmodell, was funktioniert in der Praxis mit allen Vor- und Nachteilen, aber fangen wir mal damit an und machen es wirklich testspezifisch. Und mittlerweile ist es so, dass wir uns natürlich, also wir haben uns damals 2006 auch andere Modelle angeschaut und als Input verwendet, Sachen, die veröffentlicht waren, Sachen, die eher in einzelnen Firmen umgesetzt wurden, aber CMMI hatte eben nicht nur den Vorteil, dass es weltweit verwendet wurde. Der ganz große Vorteil, der ist mir sehr wichtig, ist es gab so etwas namens Scampi und im Thema Maya nennt sich das TAMAR, das ist die Assessment-Methode. Das heißt, wie gehe ich eigentlich um, um Leute gegen so ein Referenzmodell zu bewerten? Weil wenn ich mir TP1X nehme, was wirklich ein extrem gutes Modell ist, das kann aber jeder nehmen und die Checkpoints dagegen bewerten. Dann bin ich eben nicht repräsentativ, dann bin ich nicht so objektiv möglich. Ich habe keine repräsentative Auswahl meiner Projekte, ich habe keine wirklichen Guidelines, die mir sagen, wurde das jetzt erfüllt oder nicht. Das ist sehr schön, wenn ich in meinem eigenen Team konsensorientiert etwas bewerten will, aber es ist sehr schwierig, wenn ich von außen auch mal einen Vergleich haben will. Und da hat Thema Maya eben von CIMAMAI gelernt, okay, wir brauchen gewisse Richtlinien, wenn wir ein Assessment durchführen, damit wir eben sagen können, hey, Unternehmen A ist auf Level 3, Unternehmen B ist auf Level 3, bedeutet ungefähr, performen deren Testprozesse ähnlich und deren Menschen haben ein ähnliches Verständnis von Testprozessen. Und das ist etwas, was wir aus CIMAMAI gelernt haben, unser eigenes Assessment-Modell dann dazu gebastelt haben, eigene Schulung dazu gebastelt haben und das ist wichtig, aber wie gesagt, das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder 15 Jahre her, da gibt es jetzt keinen festen Link mehr. Mit CIMAMAI 2.0 hat sich aber CIMAMAI wesentlich geändert. Kannst du schon etwas zu künftigen Änderungen an CIMAMAI sagen, um CIMAMAI mit CIMAMAI 2.0 kompatibel zu machen? Ja, gerne. Also innerhalb CIMAMAI Foundation bin ich jetzt seit zehn Jahren als Freiwilliger unterwegs und verantworte genau diesen Technical Stream. Technical Stream schaut sich sämtliche Methodenentwicklungen an. Unter anderem haben wir White Paper veröffentlicht, wie man mit CIMAMAI im agilen Umfeld arbeitet, im DevOps-Umfeld. Gerade heute hatten wir ein Kick-Off, wie verwende ich CIMAMAI im Safe-Umfeld mit vier Freiwilligen. Das ist das, was ich da mache. CIMAMAI 2.0 löst einige der Probleme, die wir ehrlicherweise von der Struktur her in CIMAMAI schon immer hatten. Es gibt diese, ich würde sagen, unsäglichen Generic Practice und Generic Goals. Das sind in CIMAMAI, aber auch in CIMAMAI so Sachen, die müssen für jeden Prozess da sein. Also wenn du gescheite Testplanung machen willst, brauchst du Ressourcen dafür, brauchst Verantwortlichkeiten, gescheites Konfigurationsmanagement und so weiter. Das ist für eine Testprozessverbesserung relativ schwer handhabbar. Aber da hat plötzlich so viele separate Dinge, um die man sich auch noch kümmern muss und man verliert ein bisschen den Fokus. Deswegen ist CIMAMAI auch einigermaßen schwierig, kontinuierlich einzusetzen, weil ich immer diese Generic Practices noch im Kopf haben muss. CIMAMAI 2.0 hat das eben rausgeschmissen und nächstes Jahr wollen wir CIMAMAI 2.0 veröffentlichen und werden auch da den Weg gehen, den CIMAMAI vorschlägt. Das heißt, wir schmeißen diese ganzen Generic Practices und Goals raus und packen das in eine neue Process Area. CIMAMAI 2.0 Der zweite wichtige Punkt ist CIMAMAI 2.0 hat langsam gelernt, dass die goldenen Zeiten vorbei sind. Das reicht nicht mehr zu sagen, hey, ihr müsst immer mal Level 4 sein, damit ihr öffentlich Aufträge kriegt, sondern da ist auch wirklich ein Wert für euch dahinter, dass ihr das macht. Das heißt, sie haben sehr viel Arbeit reingesteckt, was zum Beispiel TPR Next viel früher erkannt hat, den Leuten zu sagen, warum solltet ihr das machen, welchen Wert hat es eigentlich, welche Vorteile habt ihr davon. Und das führen wir jetzt auch in CIMAMAI wesentlich stärker ein. Wir haben viele Umfragen Wir haben viele auch wirklich metrikenbasierte Ergebnisse von Testprozessverbesserungsprojekten und das führen wir jetzt mal ein, damit die Leute auch ein bisschen besser abschätzen können, warum sollte ich sowas wie eine Testpolicy überhaupt machen, warum sollte ich in die Testplanung Aufwand reinstecken, lohnt sich das überhaupt für mich. Und das wollen wir viel stärker in TIMAMAI reinbringen, damit es eben nicht nur die TIMAMAI-Sessoren verstanden haben, sondern auch die Leute, die es dann letztendlich betrifft. Wir haben jetzt schon über unternehmensinterne Testprozessverbesserung gesprochen und den Vorteil der Beteiligung eines externen Dienstleisters und wollen jetzt ein bisschen auf das Thema Ausbildung eingehen. Da stellt sich als erstes die Frage, kann man Testprozessverbesserung überhaupt lernen? Ja, überraschenderweise kann man es natürlich lernen. Es gibt ja zwei Aspekte davon. Das eine ist der Assessment-Teil, also wie finde ich dann raus, wo die Leute gerade sind, was sie stört, was sie wirklich auch gut finden und was sie machen und das Zweite ist dann, wie ich so eine Testprozessverbesserung umsetze. Das kann man auf jeden Fall lernen und wie üblich brauche ich ein gewisses Basiswissen und dann muss ich es einfach mal gemacht haben und zwar mehrmals gemacht haben. Und dann der Vorteil bei so etwas wie Team immer als Referenzmodell ist, jeder, der oder die im Test unterwegs war, wird sich da sehr schnell wiederfinden und dann muss ich es einfach anwenden können und dann kann ich es auch lernen. Wie sollten denn die Beteiligten an einem Testprozessverbesserungsprojekt ausgebildet werden? Sie sollten zum einen mal die Möglichkeit haben, das Referenzmodell zu verstehen. Das heißt, am Anfang eines Prozessverbesserungsmodells gehen wir gerne mal ein bisschen in die Methodik rein, dass die Leute verstehen, okay, es gibt folgende Level, so und so ist es aufgebaut und so sind die Zusammenhänge. Und da ist es auch egal, ob es kontinuierlich eingesetzt wird oder als Stufenmodell, aber dass die Leute sehen, wo kann denn die Reise hingehen. Ziel ist eben nicht Level 5, sondern Ziel ist, dass meine Prozesse besser werden und dass ich diese Prozesse auch so anwenden kann. Wir machen das ja nicht für irgendeine QM-Funktion, die das irgendeine Prüfautorität zeigt, sondern wir machen das, damit die Prozesse besser werden. Also am Anfang sollte es eine kleine methodische Schulung geben und dann ist aus meiner Sicht wichtig, dass die Leute verstehen, wir müssen jetzt hier nicht Prozesse schreiben und die veröffentlichen wir irgendwo in unserem Wiki oder in irgendeiner schriftlich fixierten Ordnung, sondern dass die Leute verstehen, und wie bringe ich das den Leuten bei, wie gehe ich eben auf den vorher genannten Kontext ein, dass die Leute sagen, okay, interessiert mich nicht, ich habe hier einen Testdienstleister, der gibt mir einfach seine Testfälle und führt die durch. Was redest du über Testprozessverbesserung mit mir? Das heißt, die Ausbildung ist da eben auch wichtig, dass die Leute wissen, wie gehe ich mit solchen Einwänden um und welche Schritte in einer normalen Prozessverbesserung gibt es. Und da ist es dann auch ehrlich gesagt egal, ob ich jetzt das Modell aus Team 1i nehme oder ob ich ein Spice-Modell nehme oder ob ich ein Modell zum Beispiel aus X-Sigma verwende. Also es gibt da verschiedenste Punkte. Allen ist gemein, dass man etwas definiert, dass man dann misst, wie der Stand heute ist, es analysiert und verbessern will. Und dieser Zyklus soll sich halt immer wieder wiederholen. Das müssen die Leute auch verstanden haben, damit sie eben wissen, okay, ich habe meine tagtägliche Arbeit, die kann ich nutzen, um meine Prozesse zu verbessern. Da gibt es dann richtige Schulungen dafür, aber wichtig ist natürlich, dass sie auch wirklich in so Prozessverbesserungsprojekten mitarbeiten können und dann auch wirklich den Erfolg sehen des Ganzen. Macht es Sinn, die Kenntnis über ein Referenzmodell separat zu schulen? Auch das, ja, auf jeden Fall. Weil selbst wenn ich nicht in einer Prozessverbesserungsprojekt- Arie drin bin, also wenn ich da nicht ein Projekt nach dem anderen verbessern will, als Testmanager hat es mir ungemein geholfen, dass ich diese Zusammenhänge kannte, dass ich dann mit dem Operations Lead, mit dem Projektmanager, mit der Anwendungsentwicklerin viel besser sprechen konnte, weil ich viel besser artikulieren konnte, was ich eigentlich brauche. Istio-Gebiet geht da sehr stark in die Richtung. Wenn ich ein Referenzmodell habe, dann ist das vielleicht noch ein bisschen gestufter und ich sehe auch, okay, das ist nicht nur das Minimum, was ich erreichen will, sondern da gibt es noch eben Sachen darüber hinaus. Also eine separate Schulung macht Sinn, hilft natürlich am meisten, wenn ich dann eh ein Verbesserungsprojekt machen will, damit die Leute wissen, wo sie hin sollen. Aber mir persönlich hat es sehr geholfen, wenn ich mal auf ein neues Projekt gegangen bin oder in einer neuen Industrie, in der ich mich noch gar nicht auskannte, dann hatte ich wenigstens eine Referenz in meinem Rücken und konnte sagen, so macht das doch eigentlich Sinn. Bist jetzt da schon ein bisschen drauf eingegangen, aber vielleicht nochmal generell die Frage, welchen praktischen Nutzen hat dann zum Beispiel eine Zertifizierung als Team im iProfessional, was ja das Referenzmodell ist. Genau, Team iProfessional ist eine klassische Einsteiger-Schulung, wo ich eben mich quer durch das Referenzmodell arbeite und auch ein bisschen erklären muss, wie denn Prozessverbesserung im Testing gemacht werden kann. Das ist eine relativ kurze Schulung, am Ende gibt es einen Multiple-Choice-Test mit 40 Fragen. Der praktische Nutzen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist da einigermaßen gering. Ich werde da nicht viel lernen, ich lerne die Terminologie, ich lerne das Referenzmodell ein bisschen kennen, aber ich bin kein Freund von expliziten Zertifizierungen. Der praktische Nutzen bei so etwas ist viel eher daran, dass ich mich damit beschäftige, dass ich mich wie in jeder Schulung mit den anderen Teilnehmenden austausche und höre, oh, die haben ja doch die ähnlichen Probleme. Das heißt, ich würde es jetzt nicht vorschlagen, kommt, lasst euch alle als Team iProfessional schulen, da kriege ich jetzt vielleicht Prügel von den Trainingsbeauftragten in der Team iProfondation, die wollen natürlich mehr Schulung sehen. Der Vorteil ist vielmehr, dass ich in einer Schulung sitze, mich damit gleichgesinnt mal austauschen kann und von denen hören kann, welche Probleme sie eigentlich haben. Der große Vorteil ist, wenn ich wirklich unternehmensinterne Prozessverbesserung anstoßen will, wenn ich wirklich Assessments durchführen will, dann brauche ich ein Rüstzeug und da ist Thema iProfessional sehr gut, weil ich mich dadurch eben wirklich von A bis Z mit dem Referenzmodell beschäftige und mit allen Aspekten, die dazugehören. Und was habe ich dann als Assessor von einem Training? Ja, du hast erstmal den großen Vorteil, dass du mal in Situationen gesetzt wirst, wo du auch Interviews durchführen musst, wo du auch mit Einwänden leben musst und machst es halt nicht schon gleich in deinem Unternehmen selbst. Ja, das heißt, was ich vorhin sagte, diese Repräsentanz von verschiedenen Projekten, dass ich wirklich sagen kann, ja, diese Prozesse sind so, auf diesem Level, so wie ich das gesehen habe, das kannst du in diesem Training eben mal üben. Du übst, wie man Interviews durchführt, wie ich offene Fragen stelle, damit die Leute auch wirklich ins Reden kommen und wie ich das dann alles zusammenfasse. Was mache ich denn, wenn zwei Leute eine komplett gegenteilige Meinung von etwas haben? Wie löse ich solche Konflikte auf? Das heißt, das Training als Assessor ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, wenn ich unternehmensintern etwas bewegen will, weil ich dann viel besser auch weiß, wie ich das ausdrücken kann, was ich machen will. Wichtig ist bei diesen Schulungen, also gerade beim Thema My Assessor, da kommt es nicht nur darauf an, du machst eine Schulung mit und beantwortest ein paar Fragen, sondern da kommt es schon explizit darauf an, hast du denn mitgearbeitet in solchen Projekten? Hast du die persönliche Erfahrung und kennst du den Kontext dieses Ganzen? Also Thema My achtet da sehr darauf, dass es eben nicht so ist, wir verkaufen dir ein paar Zertifikate und vor allem, ihr seid alle Assessoren, sondern ihr habt auch wirklich praktische Erfahrungen in diesen Dingern. Das heißt, zusammenfassend Thema im Professional, ja, ist ein guter Startpunkt, um sich mit dem Referenzmodell zu beschäftigen. Der praktische Nutzen ist noch gar nicht so hoch, man kann sich auch so mit dem Referenzmodell beschäftigen, weil es ist ja öffentlich verfügbar. Assessor hat einen sehr hohen praktischen Nutzen, weil ich mal in einem Safe Space wirklich lerne, wie ich mit den üblichen Einwänden, die alle möglichen Leute haben, umgehe und lerne von den anderen, was sich denn da anbietet. Siehst du einen Markt für Testprozessverbesserungen in Deutschland? Ja klar, sonst wäre ich nicht in dem Markt. Der Markt ist leider nicht so groß, wie ich mir das wünschen würde. Die ersten Assessions habe ich 2008 durchgeführt und das waren wirklich Punkte wie in diese eine Bank, wo der Kollege aus Operations rüber in den Test gegangen ist, weil er einfach genervt war und er wollte seinem Management wirklich zeigen, hey, hier liegt einiges im Argen. Wir haben fünf verschiedene Dienstleister, die alle im Testing rumspringen und keiner macht es irgendwie richtig. Am Ende steht trotzdem mal der Zahlungsverkehr still, kann ja nicht sein. Aber man muss sagen, es ist relativ holprig. Alle Leute beschweren sich, die TesterInnen beschweren sich, die Entwickler beschweren sich, die Operations beschwert sich, aber relativ wenige Leute gehen an das Thema ran. Auch deswegen, was wir vorhin schon gesagt haben, weil es gar nicht so viel bringt, wenn ich das isoliert verbessere, sondern ich muss im Gesamtkontext von Softwareentwicklung verbessern. Und da wissen wir alle, das ist groß, das ist komplex. Und zudem kam jetzt Jahr für Jahr eine neue Welle. Da kamen Six Sigma Operation Excellence Verbesserungen, da kamen die agile Transformation, die digitale Transformation. Jetzt müssen wir alle DevOps machen. Jetzt machen wir dies, das und jenes. Überall ist Testing natürlich beteiligt. Das heißt, ich sehe auf jeden Fall den Markt da, weil die Leute dann verstehen, okay, diese ganzen anderen Themen, die kommen und gehen und die sind auch alle wichtig und müssen es machen. Aber letztendlich am Testing scheiden sich eigentlich die Geiste. Am Ende wollen wir so wenig wie möglich testen. Also, seien wir mal ehrlich, wir wollen nicht herschauen von Testerinnen haben, die irgendwo wild rumklicken oder riesige Automatisierungsportfolien. Eigentlich müsste die Software so gut entwickelt werden, dass sie relativ wenige Fehler von sich aus hat und wir sehr zielgerichtet testen können. Ich will ja die Fehler vermeiden. Ich will sie nicht großartig finden mit viel Aufwand. Das heißt, da sehe ich eigentlich einen sehr, sehr großen Markt und dieses Verständnis in der Praxis reinzubringen, deswegen bin ich bei der Team Amal Foundation und treibe es eben auch gerne persönlich voran, weil ich sehe da einfach, dass das Bild eines Testing Professionals sich leider gar nicht so stark geändert hat. Ja, es gibt Firmen, die mit Quality Engineering sehr gute Arbeit machen, wo wir auch durch Agilität sehr stark zusammengerückt sind. Also viele der Probleme, die ich vor 20 Jahren hatte, hatten wir nicht mehr. Ich kann ohne Probleme mit Entwicklerinnen sprechen oder mit Anforderungsentwicklern. Ich verstehe die Anforderung besser, aber trotzdem gibt es noch genügend Unternehmen, wo Test einfach nur eine Side Note ist, wo man mal einen Monat in einem Projekt einplant und dann hofft man, dass es funktioniert und dann wundert man sich, dass es drei Monate dauert. Deswegen der Markt ist auf jeden Fall da, wo wir einfach noch nicht sehr gut daran waren, den Leuten zu sagen, wenn ihr aus dem Test daraus eure Softwareentwicklung verbessert, dann fangt ihr eigentlich mit dem Wichtigsten an. Ihr fangt mit der Qualität an und schaut darauf, wenn die Qualität besser wird, werden automatisch die Kosten reduziert, wird automatisch eure Time-to-Market besser und das ist die Message, die wir viel besser in den Markt reintreiben müssen. Und dann haben wir, glaube ich, auch mal wirklich einen vielfältigen Markt hier in Deutschland. Und wie hat sich das Thema Testprozessverbesserung durch das Wortringen von Agilität und DevOps verändert? Also zum einen hat es viel mehr Präsenz bekommen. Zum einen dadurch, dass die Leute in iterativen Zyklen zusammenarbeiten und wirklich mal gemeinsam auf den Backlog und gemeinsam auf User-Stories und so weiter schauen, arbeiten sie viel mehr so, wie ich mir das für eine Testerin zum Beispiel wünsche. Dass sie eben mitreden können, dass sie eingebunden sind, dass sie sagen können, Moment, wenn ihr diese kleine Sache ändert, zieht das einen riesigen Rattenschwanz, einen Regressionstest nach sich. Ja, genau, egal ob auch bei DevOps, ja, wenn ihr diese kleine Änderung macht, dann bedeutet das, unser komplettes Monitoring-Konzept wird in einen Haufen geworfen, ich muss das jetzt neu machen. Das heißt, es hat auf jeden Fall geholfen. Wo es nachteilig war, wenn ich jetzt in ein agiles Unternehmen gehe und ihnen erstmal Testprozesse zeige, dann kommt erstmal das Totschlag und dann, ha, 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 people over processes, was kommst du jetzt mit so etwas an? Ja, genauso, ich bin auch bei, in ISO beteiligt, es gibt ja die, den Testprozessstandard 29.1.19 und da gab es eine riesige Welle in der Industrie vor ein paar Jahren, dass man das ja unbedingt stoppen müsste und das wäre der Teufel selbst, wenn ich jetzt hier mit einem Prozessstandard um die Ecke komme, habt ihr denn noch nie was von Risk-Based Testing gehört, von Context-Testing und so weiter und so fort. Das heißt, das hat einige Jahre gedauert, bis wir den Leuten erklärt haben, das Referenzmodell ist kontextabhängig und nur weil da steht, dass ich eine gewisse Metrik gerne hätte, heißt es nicht, dass du die genau brauchst, das ist nur ein Vorschlag. Das heißt, es hat uns leider auch ein bisschen zurückgesetzt, weil plötzlich es hieß, im Moment, das machen wir alles konsensorientiert, das machen wir alles im Team, wir haben gar keine Teste mehr. Ja, das heißt, das Gute ist, die Zusammenarbeit hat sich sehr verbessert und Testing hat einen viel höheren Stellenwert bekommen. Auf der anderen Seite ist das Thema auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil plötzlich war das komplette Team dann gut oder war auch daran schuld, dass die Velocity gestimmt hat oder auch nicht. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Wir haben uns als Thema My Foundation die Aufgabe gesetzt, dass wir eben da die Assessoren erstmal ausbilden, dass sie wissen, wie kann ich Thema My in diesem Umfeld von, say, von DevOps wirklich auch benutzen und darüber hoffen wir halt, dass es dann auch in die Projekte reingetragen wird. Ja, vielen Dank. Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, du bietest ja auch Dienstleistungen zum Thema an, oder? Ja, genau. Also wir bieten zum einen Assessments an, das heißt man kann zu uns kommen und so eine Art Baseline Assessment wirklich informell bekommen, wo wir entweder mit Team My, mit TPI Next oder auch mit unserem eigenen internen Modell, was dann wesentlich schlanker ist, reingehen und sagen, wo steht hier denn eigentlich? Also wenn es jetzt ein individuelles Projekt ist, es hat einfach Probleme mit der Geschwindigkeit, es hat Probleme mit der Anforderungsgenauigkeit oder mit der Umsetzung, ja, dann können wir da ein Assessment anbieten und zum Zweiten haben wir natürlich dann auch Beratungsdienstleistungen für die Umsetzung selbst. Also wie strukturiert man das? Das geht von, wir organisieren Workshops, damit unternehmensinternen Prozesse verbessert werden können und wie gestalte ich den Übergang zu einer unternehmensinternen Testprozessverbesserung bis hin zu, wir gehen da wirklich tief rein, übernehmen intermismäßig die Verantwortung für bestimmte Rollen, setzen die Sachen auf und übergeben sie dann am Ende. Also da gibt es beide Sachen, Assessments und eben die Umsetzung selbst und was wir jetzt neu machen wollen, wir wollen auch langsam mal in den Schulungsbereich rein, dass wir eben Thema My Professional oder Thema My Assessoren ausbilden, weil wir haben jetzt genügend Erfahrung in dem Markt gesammelt und diese Erfahrung würden wir auch gerne mal dann zum Beispiel unternehmensinternen Prozessverbesserern dann zuteil kommen lassen. Und wie können Zuhörer dich jetzt kontaktieren? Also relativ einfach, Sixcentix.com ist unsere Webseite, also da könnt ihr einfach an Matthias.Rasken at Sixcentix.com schreiben oder ihr findet mich eben auch unter thmmy.org, das ist die Webseite der Thema My Foundation, dort sind meine Kontaktinformationen auch hinterlegt, dort findet man auch die anderen Assessoren hier in Deutschland. Ich bin ja zum Glück nicht der Einzige. Mich zum Beispiel. Genau, da findet man dann auch Markus und kann dich auch kontaktieren. Das heißt, es ist da gar nicht so schwer auf LinkedIn mich auch zu finden, weil ich mittlerweile halt schon relativ viel in dem Markt gemacht habe. Ja, vielen Dank Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Testprozessverbesserungen in der Praxis näher zu bringen. Wir haben viele Einblicke zum Thema gewinnen können. Vielen Dank Markus, dass ich heute hier sein durfte, ein bisschen über meine Erfahrungen sprechen konnte. Ja, wenn aus der Tester-Community noch jemand Anregungen hat, Fiep gegeben will, dann schreibt er bitte an podcast.gthera.de und hoffentlich bis zum nächsten Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.